Musik Na ja, so wie sie inzwischen sind, sind die Berliner Festspiele in der Reihung der verschiedenen Festivals wirklich eine Serie von Höhepunkten für die Hauptstadt. Also es ist nicht mehr etwas, was Berlin belebt, weil es sonst nicht so belebt ist, sondern es ist etwas, was von außen in die Hauptstadt Deutschlands kommt, was Europa zeigt, was die Kunst der Welt zeigt und was einfach in Berlin alleine nicht stattfinden kann. Die Vielfalt. Die Vielfalt in die Breite der Medien und in die Breite der Medien als Ausdrucksformen, aber natürlich auch in die Breite der Inhalte. Man sollte eigentlich jedes Mal, wenn man aus einer Veranstaltung der Festspiele wieder hinausgeht, etwas mitgenommen haben, was einen verändert hat. Wenn die Festspiele Musik wären, wäre es schon eine ganz große Symphonie mit Zwischenspielen, mit Intermezi, in denen auch Stille sich findet. Wie ist die Festspiele Musik? Ich freue mich, dass die Festspiele so strahlend und glanzvoll 60 werden. Und wenn man mit solcher Kraft 60 wird, dann geht es weiter und weiter. Viel Glück!